Du rennst immer weiter, geradeaus, wann rennst du endlich zu verstehen, dass jeder mal sein Freiraum braucht. Du gibst mir alles, 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 um dich zu vermissen, dich zu vergessen. Alles, 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 um dich glücklicher zu sein. Alles, 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 um dich zu vermissen, dich zu vergessen. Alles, 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 glücklich allein. Deshalb frage ich mich, warum nur, wenn ich dir trotzdem hinterher fang grad erst an, mich zu verstehen. Und mit dir wär es ganz schön schwer, denn ich nur, ich hab draus gelernt und weiß genau, mit deiner Art kommst du nicht weit, denn das ist nicht das, was ich brauch. Doch du, nur du, jetzt immer weiter, geradeaus, wann rennst du endlich zu verstehen, dass jeder mal sein Freiraum braucht. Du gibst mir alles, 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 um dich zu vermissen, dich zu vergessen. Alles, 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 um dich glücklicher zu sein. Alles, alles, alles. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr gerade schon gesehen habt, geht es heute um afrikanischen Stoff. Diesen Stoff gibt es ab sofort bei Vans Afrikan Fashion erhältlich. Dieser Stoff ist eine sehr bunte Farbe. Er ist perfekt für den Sommer. Es ist ein bisschen hellgelb und ein bisschen rot und orange. Dieser Stoff ist perfekt für den Herbst. Es ist alles dabei, was im Herbst an den Blättern abfällt. Diese Farben sind meist auch auf Blättern. Diesen Stoff könnte man gut als ein Kleid machen, weil er ist sehr schön. Er ist schön bunt. Dieser Stoff, den könnte man vielleicht ja auch im Herbst machen, weil dieser Stoff, der ist auch so ähnlich fast. Aber alle Stoffe sind genau gleich, außer sie haben ein anderes Muster oder eine andere Farbe. Aber sie sind perfekt für die Haut, weil sie sehr schön kühl sind. Diesen Stoff könnte man im Winter machen. Es ist blau wie im Winter. Und man könnte darauf auch ein schönes Kleid machen. Wie gesagt, alle Stoffe haben genau den gleichen Stoff. Es ist wirklich sehr kühl auf der Haut. Diesen Stoff könnte man auch oft im Winter tragen. Weil es ist auch wieder ein sehr schöner Daumen. Man könnte ja auch Hosen davon machen. Lass dein Abo da und einen Daumen hoch. Und schreib deine Fragen in die Kommentare. Super. 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 Super.